Willkommen Leute zurück zu mann kommt mit den Staten ich hab hier die es noch vorne gemacht um einfach mal zu kommen wie ich es am besten mache diese vier Dinge erobern in zwei Minuten ich hätte diesmal noch alles veröffentlicht die ich jetzt brauchen würde um sich hatte jedes Gebäude in Luft gesprengt bis auf das da diese verdammten GDi besitzen die tatsächlich und erschweren diesen Bonus hier sagt da habe ich ja noch unten die Notfrau platziert jetzt auf dem als das Wunder geschieht schädelteam es darf nicht um Netzwerk offline wenn der Flieger Vorsicht und Legion erobern sie die Forschungszentren wie ist der Plan feindliche Einheiten in Sicht bereit die Kollegen landen hier hinten neues Bonus Ziel befindet ein Ort der Keynes würdig ist natürlich bin ich bereit Konzentration die zwei Jungen das in die Luft die zwei Jungen das in die Luft angegriffen Einheit verloben die zwei das neue Bauoption Bauholt Schädelteam bereit Schädelteam ich habe nur noch die zwei Truppen ja ok ähm der SOS war Plan A die Decken kommen da jetzt nicht mehr durch die können jetzt mehr in die Luft sprengen nämlich diese Türme wenn die auf irgendeiner Lage wären sind sie aber nicht mit mir ist zu rechnen so jetzt habe ich das Ding neue Bauoption hier muss das jetzt einigermaßen flott gehen Bau abgeschlossen neue Bauoption ähm das hier das das Ausbildung Einheit wird angegriffen Bauoption ist gesund die Bruderschaft vertraut Die können ja die ganzen Truppen so schön platt fahren Räder aus Stahl wir müssen zur Front geh in Position so ähm ich kann nicht so viel auf einmal die Bruderschaft vertraut mit mir ist zu rechnen vertrauen die Bruderschaft wird angegriffen ne nicht das so das da und Daniels schlecht ist das Moment oh Gott ich lasse es mir in 2 Minuten kann ich ehrlich gesagt vergessen so dann brauche ich nämlich Kommandozentrale abgebrochen mit mir ist zu rechnen aus ich beschütze Cain's Diener so oh holy shit ey warte mal wie soll ich das eins nach dem anderen machen also das war ja weniger was ok machen wir nochmal bereit das ist das Ziel so unterwegs die Dach wie ist der Plan so da unten ist noch nichts das so wir bauen für die Bruderschaft baut neues Shadow Team es darf nicht existieren wir haben unser Ziel das ist das Ziel das ist das Ziel Konzentration wird erledigt die Schmerzformat ja gut dann glaube ich musste ich rechnen neue Bauoption Bauholt Bau unterbrochen abgebrochen was soll ich machen so ich verstehe die gute läuft jetzt hinten hin neue Bauoption Ausbildung Brekener Beirat zur Front ähm die Bruder Brekener ist unterwegs ja immer natürlich GS auf die da das finde ich jetzt richtig unfair in Ziel ah anders habe ich doch oh Gott ich kann nämlich nicht konzentrieren die Bruderschaft vertraut mir Rekener arbeiten wir zusammen was ist unser nächstes Ziel Rekener bereit so die guten Rennen da runter da war lieber noch so ein Schweller so die ganzen Dippen fahren da jetzt entlang Bau abgeschlossen Einheit wird angegriffen so 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 schnell aufbauen der geht da rein der fährt zurück baue ich die mal ganz schnell da Räder aus Stahl Gott ich bin nicht so schnell ja der wird hier gleich wieder verfolgt von allen möglichen mit mir zu rechnen Gott so schnell kann ich doch nicht reagieren so hier ist ähm eins zwei drei so schnell kann auch kein Mensch reagieren die Bruderschaft vertraut mir eins zwei drei so schnell kann auch kein Mensch reagieren so schnell kann auch kein Mensch reagieren Räder aus Stahl Räder aus Stahl so ich baue noch so ein ey das kann man doch voll vergessen hier welcher Mensch schafft das ein paar Sekunden ich glaub nicht mehr dass ich das auch schwer schaffe so so feindliche Einheiten in Sicht Räkener bereit aber einfach ein Haufen Venom Gleiter Einheit wird angegriffen Einheit verloben Reparatur Lord die kann natürlich gar nichts wenn ein Gleiter bereit zum Abheben unser Stützpunkt wird angegriffen ja jetzt packt euch hier kein Mensch in pfff die paar Minuten wenn ein Gleiter bereit zum Abheben Rücken vor es ist etwas was erwarten die hier so wenn ein Gleiter der Stücke noch bauen also okay Leute das Bonus Ziel kann doch vergessen mit mir ist zu rechnen die Bruderschaft so ey verarschen nein ich mach das glaube ich auch leicht nicht also ey diese Mission ist ja richtig beschissen ey Jo 2 Minuten die 2 Minuten sind ja schon lange rum mit mir ist zu rechnen die Bruderschaft vertraut Jo der geht natürlich auf den los die Bruderschaft vertraut die Bruderschaft vertraut kann ich irgendwie helfen nein 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 so okay machen wir sein das also die Mission ist ja richtig kacke ey das ist ohne Witz hier das ist einfach nur scheiße so ich spreng die Kasern wie immer in die Luft diese 2 Dinger auch wie immer nein die Mission ist ja richtig doof mehr mehr ist das nicht ich bin einfach nur beschissen oder warte mal ich mach mal andere Taktik Nordfrau also wenn man da hoch ähm dann möchte ich es ein bisschen anders oh Gott ey diese Mission ist ja einfach nur unfair und einfach absolut scheiße jetzt ohne Witz hier ist einfach nur scheiße die Mission so ich werde jetzt einfach die Wachtürmer und diese 2 Kasernen wie immer zerstören also diesmal gehe ich einfach von da aus ich will dieses Bonusziel haben aber auch schwer ist das irgendwie glaube ich unmöglich ich weiß nicht ob das machbar ist so du gehst da rein dann schmeiß ich mir nochmal so alle mal rein so Netzwerk offline schachtfeld erweitert hier geht's lang feindliche Einheiten in Sicht empfangen vorgedruckt Legion erobern sie die Forschungszentren der GDI so wo sind sie ok hier beginnt das neue Bauoption in Bereitschaft es darf nicht existieren einheit wird angegriffen wir haben unser Ziel vorsicht das ist unser Weg ja die müssen gleich anfangen zu schießen so wir haben hier noch sowas beispielsweise direkt vielleicht diese 4 Typen 1,2,3,4 raus 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 rein du rein du rein könnte sogar funktionieren du auch rein mit mir ist zu rechnen Bruderschaft vertraut mir rücken vor könnte funktionieren ähm alle mann die Bruderschaft vertraut mir alle mann da lang die Bruderschaft vertraut mir so die Bruderschaft vertraut mir die Bruderschaft vertraut mir die Bruderschaft vertraut mir die Bruderschaft vertraut mir baut ungeeigneter Bauplatz die Bruderschaft vertraut mir baut feindliche Basis in Sicht Räder aus Stahl rein rein geh rein abgeschlossen letzte Halt Ende des Weges Einheit verloren verstehe so du ranz mal hoch machen wir uns an die Arbeit wie funktioniert das eins unserer Gebäude wurde eingenommen wie bitte unser Stützpunkt wird angegriffen der da ist natürlich nicht angekommen habe ich ja gleich erwartet ja natürlich es darf nicht existieren so die kann direkte reinlaufen ungeeigneter Bauplatz ungeeigneter Bauplatz ich warte dann könnt ihr hier rein also in zwei Minuten ist das nicht mehr machbar glaube ich nicht wenn man es auf live stellt hat man bestimmt mehr Zeit aber so ist das nicht unmöglich das Ding hat natürlich alle meine Teile abgeschossen natürlich sonst wäre es ja fair oder so wir wollen es ja nicht fair machen oder so so der Kollege geht da hoch komm du gehst mir auf die Eier ja du schmierst ab wo ist die Notante so zerstören die Bruderschaft vertraut mir was gibt es ich komm die Mission kann man nicht erfüllen es ist so einfach unmöglich hier die Bruderschaft vertraut mir die Bruderschaft vertraut so speichern wir nochmal Bruderschaft vertraut verstanden ein Haufen Venoms komm ey das ist doch unmöglich hier kein Mensch schafft das die haben es immer alle auf meine ey hallo ich glaube ich stelle sie mal oben auf leicht hallo also das kann doch nicht einfach so angehen also das finde ich jetzt einfach eine richtige Frechheit mir nicht das ist mir jetzt so ein unmögliches Stil verlangt Transport und die Zeitloch also na gut wenn diese Mission ein Fail ist dann ist das mir jetzt auch scheißegal denn diese Mission ist nur unfair mir nicht geh zurück ja jetzt geht noch alles hier kaputt nein nein ich stehe jetzt auf Leitung das ist das ist doch nicht lösbar also hier echte Frechheit irgendwas gesehen los komm flieg mal rüber mal sehen ob sie es schaffen ne das ist einfach noch richtig frech so hier stürzt jetzt einfach die Hälfte ab jetzt habe ich noch nicht mal genug Geld und boah ne das ist einfach nur unfair wenn ich die Mission schaffe ist das mir recht dann dann ist das mal egal also Bonus hier hin oder her wen Jux also ne das muss nicht sein also wirklich nicht hier sowas muss wirklich nicht sein so kann ich Ihnen helfen so der geht da rein speichern wir nochmal vielleicht schafft der das nicht es wäre ein Ding wenn der es schafft Sammler wird angegriffen so lass ihn jetzt mal einfach was gibt es der Kollege rennt jetzt hier von hinten rein oh diese Mission ist einfach nur scheiße feindliche Basis in Sicht wenn ich das geschafft hat ist es mir einerlei ich weiß was sie meinen ob der Bonus hier bei Kodex Einträge hat also hier sowas find ich auch nur kacke ey ja natürlich schafft nein der schafft das natürlich nicht warum muss er das auch schaffen oh pff komm ey kann man das nicht irgendwie fair machen ich stets also wenn der Partie fehlt ist dann mach ich das wirklich nur auf leicht ich meine das ist einfach nur Cheaterei hier so nein Koordinaten erfasst 2 2 3 wo sind die was gibt's wenn im Gleiter bereit zum abheben verstanden bleibt dran der Laden ist ja besser gesetzt so speichern wir nochmal ja wo ist wusste ja alles passiert ja das kill jetzt nein voll ich hab nichts gesagt einheit wird angegriffen neuerkopf bin unterwegs einheit verlob der landet mal schießen sie los wir haben sie auf dem Radar ich steh mir einfach an dass sie abstürzen machen wir uns an die Arbeit so der versucht mal von hier unten rein zu rennen obwohl ich einfach an nehme dass er platt gefahren so jetzt kann man wenn das einfach nur fair wäre ey aber nein das muss ja auch so ich weiß nicht was ich hier von uns halten soll sie müssen uns einfach nur schweißen ey mehr ist sie nicht carry all carry all einsatz bereit so der landet mal hier nein schafft er natürlich nicht nein schafft er natürlich nicht hätte ich auch aber ach Gott hier das ist einfach nur unfair mir ist das nur nicht wirklich also nur unfair ohne Witz carry all ich bin gleich da so bitte landen ich kann ihnen helfen so jetzt gehst du bitte rein bitte rein so fertig nee also hier hier möchte ich nicht so bonus hin oder her hallo fertig jetzt sag bloß wegen das ding da unten die bruderschaft vertraut ich glaub's nicht ich glaub's echt nicht kann ich ihnen helfen wie sie meinen wegen das ding da unten kann er jetzt nicht rein oder wie ein konzentration konzentration schaltet sie aus also ich glaub's nicht nur wegen das eine beschissene ding da unten ich hoffe der da schafft es rein zu rennen nee das ist doch das ist einfach nur behindert was gibt's roger so hier ist der scheiß fucking ingenieur kommt hier wir greifen an bin gleich dort der der kollege jetzt rennt da einfach mal rein feindliche basis in sich erfasse ziel verstanden wir greifen an der gute wird ja nicht erwischt ja von so so kanonen vorsichtig ja komm so gewonnen basta ja gut die bruderschaft steht hier in der forschungsabteilung wie bitte ich hab ja das erobern sie das wird 2 ich dachte ich muss das in Minuten schaffen das vor zwei Minuten ist boah ich bin so dämlich ja trotzdem ist sie uns aber kacke ja die greifen ja nicht muss das vor zwei Minuten also boah ich bin so dämlich das heißt ich muss das in zwei Minuten schaffen und nicht vor der neue auch ist richtig ich hätte das mal ein bisschen genauer lesen sollen ja wer lesen kann ist kein Vorteil ein Vorteil so aber die Mission ist zwar wirklich kacke hier ja volle Trophäe danke aber hier das muss nicht sein das muss aber wirklich nicht sein also bis zum nächsten mal mit diesem boah bis zum nächsten mal